Ich will mal vor, in dem Spiel würde es bewegliche Ziele geben, also als beim Schießstand. Junge, du kannst in diesem Spiel nicht mal eine Drohne auf einem Ventilator parken, ohne dass die Lobby abstürzt. Ja, stimmt. Nee, aber warum sollst du auf bewegliche Ziele schießen, wenn alle nur liegen und in Ecken sitzen? Ey, ist wirklich so, ne? Die liegen alle momentan, das ist so krass. Du kannst die Schwierigkeit auf Legion Main stellen, das ist die höchste. Oh, stimmt. Ich kann nur sagen, weil seine Tribes platziert. Das ist so lustig, weil es traurig ist, andersrum. Ist doch traurig, weil es lustig ist, weil ich traurig, weil es real ist. Ja, Anna kommt rein, glaube ich, hier. Oh mein Gott. Ich habe hier ein Windo, hier ist keine Ahnung, die sind doch... Jungs, aaah, ich brauche ein bisschen Hilfe hier, die Sophia pusht mich. Hast du schon Anna? Habste? Dankeschön. Das packst du schon Anna. Oh, da sind zwei. Ich glaube, ich höre Easter ist was. Ach, Digga, er hält den übelsten Pixel aus dem Service. Ein Prinz, oder wie man das nennt. Ich glaube, ein Miro-Finz, hab der nicht trotzdem geklebt? Er hielt rechts ein Pinkel. Ich war schon mega verwirrt, weil ich Healed gesagt habe. Er hielt links ein Pinkel, Leute. Er hielt links ein Pinkel, Leute. Er hielt Pinkel. Machen wir den ruhig zu Halfwall. Links. Ich werde sterben. Go, 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 go. Ich glaube, AKF ist drin, ey. Was ist das? Was ist das? Ich glaube, AKF ist drin, ey. Aber nicht zu weit in den Hallway. Hielt schill, machen wir das, machen wir das. Nein, ich mach das. Ja. 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 What if you have to watch the Pinkel? Du bist übelst die Krammer kassiert, ey. Junge, wie aus Coach mich, mich hinzulegen, Mann. Junge, ich hab gesagt, crunchen. Das ist nicht prone. Hör zu. Nächstes Mal setzt du dich hin und legst dich nicht hin. Ja. Ey, hier ist offen. CC. Wow. Junge, da können wir nicht einfach... Kannst du uns kurz halten, lieber? Versuch's. Ich geh da rein, einfach. Finde ich nicht in den Sinn, ey. Geht wirklich. Hier ist einer... Ah, der Tür! Zu der Tür! Zu der Tür! Hä? Johannes, Junge. Du hast mich nicht mit der Drohne geholt, oder? Das ist ein Abfahrt, wie kann man... Kannst du... Kannst du den Anticam halten? Oh! Der Shot. Kannst du den Anticam halten? Ja. Ich hab die Führung, ne? Oh Gott, Pulse Shot. Was? What? Dieses Free Fire. Ich versteh's auch nicht, Digga. Ich versteh's auch nicht. Der Pulse von unten, ey. Einer Tür wieder, Dima. Ach, Marvin ist das. Ablegen. Ich geh recht close bei dir, was glaub ich, Jos. Ja, ja, da liegt einer. Oh nein, jetzt hab ich für die alles aufgemacht. Oh! Oh, shit. Was? Digga, ey, dritt, 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 dritt. Der war hinten am Badezimmer. Am Badezimmer. Nice. Nice, Runde. Oh, Jos hat der nicht gestorben ist, das hab ich wirklich nicht verstanden. Ja, und die haben auch sich untereinander gar keine Callouts gegeben, weil... Da sind zwei einfach vor mir langgelaufen. Ey, ihr müsst euch, dass du den letzten nicht bekommen hast, wundert mich eigentlich. Der ist ja direkt in dein Feuer rein. Wenn CC drin ist, CC drin. Zwei Leute, Torwart und er ist. Er ist. Er ist. Er ist. Er ist lit. Da hab ich getroffen. Er ist. Er ist lit. Ja, ne, ihr könntet so easy von um grad Kill zu machen. Vier Leute in CC. Oh, mein Gott. Vier Leute in CC. Ja, mach mal, mach mal. Ist alles offen, die mal. Ja, nein. Hink mal ja. Back nie, back nie. Auf dem neuen Back nie, glaub ich. Gibt's noch einen, irgendwie? Ja, 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 hier. Äh, hier, hier, hier. Ja, immer noch, immer noch. Ne, jetzt hier. Okay, ich versuch einfach. Jetzt dauern. Nice. Die konnten nicht machen gegen die Miro, Mann. Das war so gut, ey. Das war so nicht. Die waren da wirklich alle. Naja. Ah, er hat die heftigen Kapkans gemacht. Oh, geile Runde. Oh, geile Runde. Keiner macht einen Liegenden. Haft voll ist sauber, sagste? Weiß nicht, glaube ja. CC, CC, einer. Down. Ja, ja. CC, einer. Hast ihn? Hab ihn, hab ihn. Okay, ich drohe mal einmal ganz kurz rein. Ah, ich mach mein Gadget, warte mal kurz. Ja, ich hab hier eine Drohne. Spotted by Cam. Hast du direkt. Ja, direkt, direkt. Hinter der Bombe, hinter der Bombe. Ah, er ist Haft voll. Haft voll und Sandwich, übrigens. Oh. Oh. 2 gegen 2. Einer Sandwich, eine Haft voll. Eine down. Okay, dann noch Haft voll. Noch Haft voll. Haft voll. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was ist denn da los? 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 Hui. Zehn und zwölf. Ja, wir haben uns sehr gut zusammen gemacht, ne? Ja, ich bin nur durch Scheiße gestorben. Ja. Nur durch Run-Off, nur durch Puls von unten. Ja, ich hoffe. Es war halt keine gute Runde für mich. Ich bin immer noch Gold 1. Ich wollte das nicht hören. Ich hoffe, wir können doch zocken, ey. Ja, ich wollte gerade sagen. Können wir denn überhaupt noch spielen, dann? Ich schaff' kein Platin mehr, dieses hier sind, glaube ich. Ich kann doch zocken. Vor allem den Mirror hier oben schmeckt aber auch, ne? Oh ja, Baby. Zock' mal Puls mit Schoddi. Oh ja. Yaddy, Yaddy. Rank, wir alle sind Platin und Marvin ist Gold. 1, 2, 2. Ja, Marvin ist halt nur mega anlackig. Auf 80 Matches. Äh, Matches. Ist doch gut. Marvin, hast du irgendwie zu E-Mail bekommen in Wolek? Nee, ich war Pipi machen. Okay, Wolek hat geschrieben, Reden ist Silber, Marvin ist Gold. Mitten im Omega-0. Boah, ist schon heftig, ne? Ja. Hast du nur mal klärt? Digga, du bist so witzig. Neun Interrogation. Boah. Oh mein Gott. Vielleicht, ich bin tot, ich weiß nicht. Komm. Was ist denn da, ja? Arschloch, können doch alles zu Ende. Ich kann nicht wieder rein. What the fuck? Ich bin der Marco. Oh mein Gott, der ist ja wirklich. Wo denn? Cool. Ja, der war. Ich wieke. Genau das. Wir haben schon so oft wie eins verloren. Wo denn? Oben drauf. Ja. Da. 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 We out. Da. 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 We out. Da. flame. Licht und wir können breachen. Komm, komm zu mir. Wo können wir breachen? Rückwärts, Alter. Andere Seite meine ich. Ja, dann let's go, komm. Hier oben ist Re-Report, hier ist er da. Rückwärts. Komm mal. Ich hab hinten schon gebreached. Ich breach bei mir auch noch. Der kommt von hinten. Der ist durch. Okay, ab. Alter. Ich drünne euch mal in den Ohren ein bisschen. Ich gehe bei Mainzer-Säulen. Ich bin Blue. Einer ist Blue. Ja, der liegt hier. Ich snack mit den. Hast du noch einen Bus? Ingen? Naja. Ist ja auch. Nice. Oha, was. Schön gespielt. What the fuck. Das war ganz richtig. Nein. Du hast ihn erkannt und einfach mal alle weggeblendet. Er liegt. Wir hatten halt gar kein, gar kein Dings hinten. Nichts zum dichtmachen. Ja, weil die vorne sind. Ja, das ist alles vorne geballert. Das war halt super. Aber nein, das ist erkannt. Ich hab mich geändert. Ich hab. Hat sich geändert. Das hör ich öfter. Das ist nicht mehr so. Jus hat sich voll geändert. Du hast sich verändert, Jus. Junge, halt zum Maul. Du hast sich voll verändert. Du darfst gar nichts sagen, du Gold-Plepp. Ohohoho. Oha. Du hast sich voll verändert. Damals hättest du es nicht gesagt. Ja, das stimmt. Damals, wo wir Duo-Queue auf Platin 1 gemacht haben. Das war wild. Das war vor einer Season, oder nicht? Ich weiß nicht mehr. Habt ihr das denn gemacht? Habt ihr einen rumgezockt und dann nicht mehr aufgehört, weil Mama nicht mehr konnte? Wie? Dima, du Bastard. Junge, du hast dich voll verändert. Ich schwör. Junge, wir haben uns alle verändert. Guck, guck, guck. Mach, mach, mach. Und dann machst du das Problem, Alter. Ja, ich kann breachen. Wir sind beide drinnen mit dem Windschirm. Wir können breachen. Wir können breachen. Wir können breachen. Dann gehst du wieder runter. Ich mach einen Upside-Downer. We can crack 360. Machst du, dass ich durchlaufen kann, ne? Was machst du? Ja. Warte, ich hab noch eine. Ich hab noch eine. Ey, guck mal, dass Mews ordentlich rausspringt. Vielleicht machst du einen Mews trick. Warte, ich hab noch eine. Ich kann nicht. Ey, Connector, Connector, rechte Seite. Einer ist Wein. Ben es hier. Kannst du locken? Keine Ahnung, der Letzte. Hilf mir, Janis. Brut, du hast'n 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 Peek, Peek, Peek. Mach'n. Nein. Einer hat so'n Rotation gelesen. Brab mal jemand. Verletzten haben. Ich hab' ne Gons Six. 3D werden. Wop, 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 wop. Oh nein. Mein Gott. Mein Gott, Digga. Ich hab' mit der Gons Six draufgestossen. Ich hab's einfach nicht verdient. Ich hab's nicht verdient. Gott, ich schieße ihm, bevor die hacken weg, ey. Hahaha. Geil. Es gibt einfach diesen Moment, du schießt, wird vorbei, aber denkst dich daran, weiter'n Sinn zu ziehen. Jaja, mega gut, mega gut. Junge, er... Geht einfach so'n Mail. Das war so nice, ey. Dann will die Cam wegschießen und schießt ihn doch hier mit in den Headshot. Heute macht Rainbow so Bock, Alter. Junge, wir hatten Streamsniper und Hacker schon. Machen kein'n mehr, geht jetzt. Alles fehlen, nur noch Streamsniper und Hacker, dann hab' ich Bingo. Ach, du hast so'n Delay drin, oder? Fär mal cute. Was? Was konnten wir... Oder... Oder das heute. Ich werd' Reconnect... Ja, die Runde ist für'n Arsch. Sollen wir herstellen, oder was? Ich glaub' die Runde ist wieder broken jetzt. Wir kriegen alle nen Bun. Das ist immer so. So, Reconnect Match. Zack. Was, schon nochmal? Wenn du ein Game neu startest, sagt er dir das. Ja. Bei mir... Ich bin durchgehend am Reconnecten, aber ich komm' nicht rein. So schlecht, wenn die Lobbys verglitschen, dass die Spiele dafür bestraft werden. Ja, was haben wir getan. Noch nix. Das Game angemacht. Wenn die Lobby nach 6 Minuten nicht startet, dann müsste das Game doch automatisch sagen, okay, diese Lobby funktioniert nicht. Ja, das ist einfach n' Golden Gun zu haben und dann nochmal rank-team. Das ist jetzt das Rank-Game, by the way. By the way. Golden Gun ranked, Alter. Kriegen wir Punkte. Ja, echt? Wir verlieren nur nach Punkte, Junge. Das ist die Aristoteles-Theorie. Ein bisschen Duka, Col und Lineskin. Ja, kein Bock. Oh Gott. Boah, sind die am Schwitzen, ey. Das ist jede Runde so. Immer so. Ja, klar, ey. Da sind wir doch hier im Rank, oder nicht? Ja, ja, der ist am Rank hier. Der ist am Hacken, sag ich so, wie es ist. Billiard unten. Er drohnt. Er drohnt. Er drohnt. Oh mein Gott. In nem Fun-Mode. Er drohnt. Kein mehr. Boah, wegen dir hab ich auch gehört. Ja, sollen wir ausmachen? Oh mein Gott. Holy shit. The old friendly operator remaining. Nee. Befait. All friendly have been neutral. Ey, ich möchte wirklich... Ich weiß wirklich nicht, was in diesem Köpfe von diesem Menschen abgeht, aber dass man jede Runde drohnt in nem Fun-Mode. Ja. Wie ist der wahr? exposed zu diesem Maschen? Ja. Die Runde durch war.